Moin ihr Sonnenscheine, verletzte durch Schüsse in Berlin-Reineckendorf. Durch eine Schießerei sind am Sonntagabend in Berlin-Reineckendorf mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Mitarbeiter des Lagedienstes dem RBB bestätigt hat, haben Zeugen gegen 23.20 Uhr Schüsse gehört. Die animierten Polizeibeamtinnen entdeckten demzufolge drei Männer mit Schussverletzungen. Diese seien in Krankenhäusern gebracht worden. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Jetzt ermittelt eine Mordkommission. Alexa, Wetter! In Berlin beträgt die Temperatur 16 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute Nacht höchstwahrscheinlich überwiegend klarer Himmel mit einer Tiefstemperatur von 13 Grad. Würdest du auch das Wetter von morgen überprüfen? Ja. Hier ist der Wetterbericht für morgen in Berlin. Höchstwahrscheinlich viel Sonne mit einer Höchsttemperatur von 26 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 13 Grad. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 16. September von Usain Bolt. Du musst dir Ziele setzen, die dafür sorgen, dass du noch härter arbeitest. Das Verlangen ist der Schlüssel zum Erfolg. Das Verlangen ist der Schlüssel zum Erfolg. Vielen Dank.